Toll, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr auf NSD eine Runde fahren. Egal, wohl einfach meine Waffe gut ist. Nee, sie ist ja eine Nelka, wie sonst weg. Ja, ich habe auch kein Geld mehr, mir einen neuen zu kaufen. Nee, du hast Glück, dass ich das aufgenommen habe. Warum will mir alles heute ans Bein pissen? Ohne Witz. Hoffentlich sterbe ich nicht, während ich deine Waffe holen will. Okay, ich habe sie. Hey, Kollege. Was hast du so viel Muni, sag mal. Ja, warum nicht? Verschießt du eh nicht alles? Ja, die waren halt... Ja, die habe ich gefunden. Ich habe die nicht gekauft. So, ich habe es alles. Okay, wir jetzt in den Support, oder was? Ja. Die freuen sich bestimmt, uns wiederzusehen. Scheiße. So, also ich habe dein Gear gesaved. Ja. Okay. 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 Vielen Dank.